Ich finde das den Hammer. Wann kriegt man sowas denn mal zu sehen? Die hat ihre Eier gelegt und schäumt ihren Koko. Das hat einen speziellen Namen, kann ich nicht aussprechen. Ich falle um. Voll genial. Hättest ihr aber vorher die Füße sauber machen können. Jetzt sind die Eier da drin. Die macht das Weiße da drüber. Bin ich zu spät gekommen? Ich will rechnen dennoch damit. Kriegen wir leider hier nur die letzten Züge mit. Och, was schade.